Komm aus, komm aus, wo auch du bist! Ich sag's euch, Annie soll leicht zum Last-Hitten sein, aber ich schaff's nicht mal mit Annie, dass ich vernünftig Last-Hitte. Jawoll Morgana, wie gefällt dir das? Warum ist der Level 1? WTF? Weil ich einfach, ich hab nicht mal, nicht mal Mana für ne Kuh. High-Level-Pro-Gameplay. Komm aus, komm aus, wo auch du bist! Oh, shit! Wieso hab ich schon wieder keinen Mana? Ach! Oh mein Gott! Nein! Hilf mir, listen! Oh, listen! Listen! Ah! Easy win! Ach du Scheiße! Was hab ich grad gespielt?